Hauken drauf und ja, fertig. Dann wollen wir mal. So. Ja. Na ja, Licht ist genug. Solarstrom an. Ja, es funktioniert. Und jetzt da zerstört. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Das dauert ja ewig. Dafür fährt es aber ohne Wind. Und zwar schurstratt auf Bärstadt los. Bis es da ankommt, habe ich einen Hitzschlag. Ach, Herr Schatz. Ich brauche dringend Abkühlung. Was haben Sie denn jetzt vor? Warten Sie nur ab. Ja. Dann könnten Sie ruhig auch reinkommen. Es ist herrlich kühl hier. Bin ich, bleib lieber an Bord. 17.10. Gehen, Herr Schöpfe, gehen Sie nach Bord. Schneller, Herr Nachbar. Schneller. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Kommen Sie an Bord. Wir ankern. Gut, dass ich den großen Koffer mitgebracht habe. Ja. Ja. Das war's gut. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017